Martin Hofbauer ist ein deutscher Offizier und Militärhistoriker. Leben Hofbauer trat 1989 in die Bundeswehr ein. Von 1989 bis 1992 ließ er sich bei der Gebirgsjägertruppe zum Offizier ausbilden. Danach studierte er Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg. Von 1996 bis 2001 wurde er in der Truppe verschieden verwendet. Nachdem er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für mittelalterliche Geschichte an der Universität der Bundeswehr Hamburg war, wurde er 2005 bei Klaus Arnold an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften mit der Dissertation Ausbildung und Struktur der Herrschafts- und Besitzverhältnisse des Hochstifts Passau im 13. und 14. Jahrhundert. Dargestellt an dem Passauer Urbaren zum DR.Phil promoviert. Von 2005 bis 2007 war er S3 und stellvertretender Bataillonskommandeur. 2007-08 nahm er am 46. Verwendungslehrgang Generalstabsdienst-Admiralstabsdienst an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg teil. Seit 2008 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an Militärgeschichtlichen Forschung samt bzw. Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Von 2010 bis 2012 war er Leiter des Moduls Einsatzunterstützung. 2013 übernahm er den Bereich Einsatzunterstützung in der Abteilung Einsatzschriften mit Tostenloch, Nordafrika. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschung samt des Schöning-Paderborn unter anderem 2011 ISBN 9783-506-773265 mit Reimund W. Wagner, Kriegsbrauch und berufliches Selbstverständnis des Soldaten. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschung samt des und des Zentrums für Transformation der Bundeswehr. Rombach, Freiburg im Breisgau unter anderem 2012 ISBN 9783-7930-9703-7 mit Philipp Münch, Marley. Schöning, Paderborn unter anderem 2013 ISBN 9783-506-77884-0. Vom Krieger zum Ritter. Die Professionalisierung der bewaffneten Kämpfer im Mittelalter. Rombach, Freiburg im Breisgau unter anderem 2015 ISBN 9783-7930-9770-9.